Hallo Leute! Willkommen im Bennys und Wunderland Kanal. Heute machen wir das Elftetürchen auf. Wir machen auf und da kommt ein Mistelzeug raus. Und dann machen wir nochmal das Kindertürchen auf. So, das Elftetürchen ist hier. Und dann kommt ein Schokolade aus. Tschüss, bis zum nächsten Türchen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.